hey willkommen zurück ja der darkest der the darkest dungeon des todes der 1000 tote oder so kennt jemand von euch das spiel the darkest dungeon so ungefähr kommt mir das ding vor nur dass ich alleine bin und öfter sterbe der achschule der achschule der achschule der achschule Logo? Nein, die Ingenieur, genau, asking, nein, die Ingenieur ist asking his boss, how many death traps do you wanna have built inside your dungeon? The boss says, yes, this is the dungeon. If you couldn't understand me, I just said, this is the dungeon. Okay, genug Engie für heute. Aha, das war, okay, das war zum Routerren. Lalalalalalalalalalalala AR baptized Anni. Obwohl, ich könnte ja noch meine Seelen zurückruhen und dann wieder einfach hochrennen. Ach, du kleiner Pisser, ey. Krass, geht da hoch? Oh, lol. Oh, lol. Interessant. Dankeschön. Naja, der Bogen. Die Fackel brauche ich nicht, das war doch kein Flammending. Oh. Sehr gut. Ah, ist das Myst-Vieh. Ach, nö. Äh. I'll be back. Du, 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 du. Du, 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 du. Das Feuerding hat sich resettet. Hört mir jetzt das auf. Oh, voll der Hardcore-Dungeon. Die Fallen resetten sich so. Gar. Ich hab' ich tatsächlich vergessen. Gut, das wäre der. Ausatmen. Oh. Oh. Was ist das? Oh mein Gott, oh mein Gott. Gut, das wäre das. Jetzt einfach hochrennen, oder? Habe ich das? Ich hoffe mal. Drei, vier. So. Jetzt gesprimt wie der Wind. Ich werde schneller. Da. Äh, Konton. Ach, Mann. Kann ich die Wölfe hier nicht verwenden? Ich glaube, nein. Oh lol, was? Ach, warum? Ach, komm. Ach, das gibt's doch nicht. Tausend Tote und eine Nacht. Vielleicht benenne ich die Folge ja so. Oh. 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 Okay. Okay. La luz. Okay. So, Laterne an. Okay, da kann aber noch Feuer schreien. Das heißt, ich sollte nicht zuerst angreifen. Also, jetzt kommt es wieder kurz hinein. Oh, oh. Ich denke. Oh. Ich hatte das. Ich habe mich gefragt. Oh, oh. Oh. warum bist du so special also Hallo? Ich glaube, dieser Dungeon wurde Speedrun sicher gemacht, oder? Mama Mia, Mama Mia. Mama Mia, Mama Mia, Figaro. Figaro. Mamma Mia, Mama Mia, Mama Mia Figaro. Was war denn das gerade? Das war ja mal voll ein Deck. Ihr könnt mich... Geht weg. Nice. Das war der Rest. Ich bin wieder da. Ich wollte ihm eine Rückenstecher machen, aber das ging nicht. Mann. Jawohl. Okay, okay. Hey, komm. Das ist doch unfair. Okay. 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 Alles, was er macht. Alles macht mir Schaden. Sag mal. Wieso? Was war denn das gerade? Hallo? Wow. Oh, Mann. Ey, komm schon. Alter, der mit seiner Drachenflamme. Sag mal, wie hast du? Wieso? Mann. Ey, mach eine Rolle. Junge, mach eine Rolle. Alter Schwede. Ich möchte fast schon den Zwei-Händen versorgen. Oh, meine Hände zittern. Adrenalin wird gepumpt. Überraschend, dass ich das noch habe. Adrenalin. Von meinem sicheren Lebensumfeld her. Gut gedeutscht. Okay. Okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Boah, jetzt habe ich Adrenalin genutzt. Oh Mann. Ich bin heute in Topfraum. Ah. Oh, nö. Oh Gott, war das knapp. Okay, ich habe das ein bisschen zu früh gemacht. Okay. Are you sure you want to do that? My turn. Okay. Okay. Wo ist das Ding gerade? Ja, Moment. Da oben, da. Ich musste nach oben, ne? Jo. Ich hatte ganz kurz die Orientierung verloren. Das Ding hat sich umgedreht nochmal, ich habe es genau gesehen. Alter, es wollte sich, es wollte da hinfahren, aber dann hat es sich doch noch umentschieden. Ja, wohl. Ja, wohl. Ja, wohl. Ja. 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 Hm. Ja. Ich hab das nicht, dass du bist. Ja. 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 Aber den kann ich dann leider nur zweithändig tragen. So. Immer noch die große Last. Das Ding ist verdammt schwer, oder? Schrecklich schwer. Dann probieren wir es mal. Ich habe es vergessen. Nein, mach eine Rolle. Du bist schlau. Du bist intelligent. Du bist... Warum hast du nichts gemacht? Mach eine Rolle, wenn ich eine Rolle drücke. Oh. Mann. Toll, da bin ich wieder. Ach komm, ich probiere es mal mit dem Zweihänder hier. Überhaupt nicht übertrieben oder so. Ich probiere es mal mit dem Zweihänder hier. Ich probiere es mal mit dem Zweihänder. Ich probiere es mal mit dem Zweihänder. Ich probiere es mal mit dem Zweihänder. Nein, 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 nein. Gut, das ist eine Knap. Oh, das Knapp. Ui, 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 das was ja Knapp. Wow. Hm, wie viel Schaden macht er noch mal? Er hat einen F... äh... 172. Okay. 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 So. Aufregung pur. Okay. 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 Oh, meine Tastatur. Moment. Boah. Wo ist das Ding? da oben jawohl du kleiner Strischer das war dann kleine Strischer so ich habe zwar einen Katzer, aber jeder Katze ist tödlich in meinem Falle so Theorie, wie oft kann ich das Ding verwenden 5 FP Kosten ich habe gerade 65, das heißt äh mal 5 mal 5 sind äh 10 15 20 25 mal ok Gott oh was machst denn du du sagst doch man nein 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 nicht feuer nicht feuer nein warum machst du das warum machst du noch eine große Attacke dahinter warum machst du das warum Junge ok 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 2 hinter ist key 2 hinter ist key ok wir kommen langsam näher ah 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 Oh, Mann. Das war eine blöde Idee, oder? Das war Glück. Was war denn das? So, tief durchatmen. Wir tragen den Schlüssel zum Sieg in unseren Händen. Ah, gegen klappte nicht so gut. Ah, ja. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. So. Oh, Mann. 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 Du kleiner Pisser Ach du kleiner Trägiger Pisser Muss ich nen Trank trinken ne? Und so Das war schlecht Ach komm Ach das Mann Warum Bleibt es nicht Wenn es doch klappen sollte Ah Ja stimmt ich kann ja auch einfach die Folge nach editieren Stimmt ja Bah Was Okay Jetzt willst du mich aber verarschen oder? Jetzt willst du mich aber auch nur verarschen Nur die Ruhe In der Ruhe liegt die Kraft hier Ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Willst du dich mal das probieren? Das ist ein Dastort. oder wer ist denn das so so Oh mein Gott! Aiaiaiaiaiai... Das war's für heute. 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 Das ist ja voll der Miniboss. Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. Oh mein Gott. Wo liegt die Kraft. Wo ist das Ding eigentlich? Was ist das? Das? Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Was? Ich weiß nicht. Das war's für heute. 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 Oh, ich hab' Schaden anlitten. Ich hab' Schaden anlitten gehabt. Irgendwann. Irgendwie. Okay. Ach komm. In Ernst? Ach nö. Ich schon wieder? Kann ich mich irgendwie daraus befreien? Nein! Ay caramba! Ay caramba! Ay caramba! Nein! Was mach' ich denn? Ich bin blöd! Ich bin dumm! Ich bin behindert! Ich verdiene es! Ja! Oh! Ja! Toll! Oh! Oh! Ich bin hier am Eingang gestorben! Alter! Eter! Das Ding ist brutal! Aber sowas von brutal einfach nur! Ich hab' das Ding nicht genommen! Ah! Hab' ihr seh' noch! Ohne meine ich! Genau im richtigen Moment! Wege gedrückt! Alter! Baumgeist mit Geschwüren! Ja! Ein toller Geist ist das! Hm! Ob die Fackel was bringt? Ich glaub' ehrlich gesagt nicht! Also die Feuerfackel meine ich! Oh! Oh! Alter, der Schild hat mich gerettet. Ah, ich muss das irgendwie noch besser hinbekommen. Was? Oh Gott. Der hat mich geschnackt, ich weiß nicht, ich sehe nichts. Au. Alter, Späte. Hm, vielleicht sollte ich nicht Feuer nehmen, sondern was anderes. Hm. Mann. Nein, ich habe es nicht geschafft. Ich bin tot. Vergiss die Runen. Oh Mann. Vergiss die Runen. Hm. Doppelschwerter vielleicht. Probier ich dann. Das war's für heute. Kannst du bitte aufhören, deinen Hals auf mich zu hauen? Wow! Oh, komm! Oh, genau! Oh, ja, Mann! Wenn ich Zauber drücke, dann mach Zauber! Mann! Mach Zauber, wenn ich Zauber drücke! Bitteschön! Also bitte, mein ich! Machst du mal? Ach, Mann! Reflexe wie ne Biene! Also Heine, mein ich! Oh, Mann! Ah! Yes. Ah, du blöder Rummelluft, ey Okay, meine Schuld Oh Gott Das Ding ist nicht gebufft, oder was? Nein, was, warum? Ich habe doch geblockt Ach, na immerhin ein neuer Rekord Immerhin ein neuer Rekord Sollte ich es mit der Claymore versuchen? Und kontern? Oh, meine Gültzer Nein Nein, mach eine Rolle Ich bin schon wieder tot Nichts, aber ganz gut Kannisch? 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 Nein. Ich probier mal. Es geht. Mann, das ist doch spät. Kannisch? 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 Hmm. Yes! Oh Gott! Das war knapp, das war knapp, das war knapp, das war knapp. Jawohl! Nein, 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 nein. Das heilige Feuer, nein, das war knapp, das war knapp, aber das war jetzt schon ganz gut, okay. Aber das war schon ganz gut, das macht langsam Spaß, wieder, wieder. Nein! Okay, meine Schuld. Meine Schuld? Aber es funktioniert. Vielleicht aber sollte ich... Nee. Was? Ach, ich bin doch ausgewichen. Können's homepage? Ach, ich bin doch. Oh Gott! Oh Gott! 英 Sai! Nein, doch. Nein, falsche Tappe. Nein, falsche Tappe. Nein, ich wurde doch noch erwischt. Oh Mann. Aber immerhin, immerhin. Ich lerne dazu. Oh, das war Glück. Mehr Glück als Verstand. Nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Oh, ich habe das überlebt. Nein, nein. Oh mein Gott. Ach, da komme ich nicht dran. Nein, nein. 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 Oh Gott. Nein. Nein. Warum schnappt er mich immer? Nein, nein. Nein, nein. Aber gut, diesmal wäre ich eigentlich eher schuld. Nein, ich bin behindert. Ich bin behindert. Ich bin besonders. Wahnsinn. Ja, das habe ich bei dir nicht. Das habe ich bei dir nicht. So. Noch ein Ründchen. Hallo, ich bin mir. So. 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 Wie? Boah. Ah, da muss man schon ein bisschen raten. Also. Ja. Wann ein guter Moment ist. Aber es klappt, es klappt. Okay, dann eben nicht. Oh, oh. Oh, oh. Ach, Mann. Immerhin, das ist schon mal die richtige Taktik. Immerhin, das ist schon mal die Taktik. Das hat er gemacht, seine Augen, also den Augen der Flamme. Mann. Oh, 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 oh. Okay, ich muss mir merken, ungefähr ab knapp ein Drittel machte dann diese Flächenattacke. Hmm. 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 Oh, 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 oh. 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 Das war's. 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 Okay. Das war's. Wow. Das war's. 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 Das war's.